Go Ninja! Go Ninja! Go Ninja! Go! Go Ninja! Go Ninja! Go! 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 Konnichiwa ihr lieben Nennerz und herzlich willkommen. Wir probieren heute mal wieder was aus. Wir spielen Scrake, zusammen mit dem Game of Smith. Guten Tag! Da ja leider aktuell, äh, kein Bundesliga-Spiel ist, haben wir uns gedacht. Anstatt ne FIFA-Prognose, hauen wir mal was anderes hier raus. Ah! Oh! Oh ja ja. Wir steuern erstmal diesen Zug hier. Ich hab ne Kettensägel oder so an dem Ding. Ein Bohrer hat sich gefahren. Nein, ich bin genau in wen anders reingefahren. Ja, in mich. Echt? Ja, wir sind ineinander. Ah, nein. Ähm, ja, wir fahren irgendwie mit nem Zug oder mit nem, ja, keine Ahnung, wie würden wir es beschreiben, mit nem Auto mit Haufen Anhängern hier rum und müssen hier Wie kann man denn den anderen besiegen quasi? Muss ich denn nur in einen Reim fahren oder muss dann noch irgendwas passieren? Weiß es nicht. Huch, ich hab meine Linie verkürzt. Jetzt hab ich wieder null Punkte. Also du musst echt mit den Kreissägen aufpassen. Naja, nicht nur damit. Wow, wow, wow. Ich hatte nen Speed gerade. Aber ich glaub, da musst du ungefähr... Jawohl, da hab ich dich abgefrühstückt. Ja, das hast du blöd daherkannt. Blöd daher. Jetzt kann ich noch ein bisschen was bei dir einsnacken hier. Ah, oh. Park. Da ist schon wieder jemand an mir kaputt gegangen. Das ist schon wieder jemand an mir kaputt gegangen. Ne komische Kombination. Von Spielen würd ich mal sagen. Von Snake, von dem früheren, ja, Handy-Spielchen. Was hab ich? LOL, ich hatte Speed oder so. Jetzt bin ich unsichtbar. LOL. Ein bisschen was von Curved Beaver hat's auch. Mit Items einsammeln und so. Ja, das sind halt so... Da würd ich sogar Arga.io eventuell noch hinzuzählen. Mit dem... Ja, aber mal ein Träger wird, ne? Ja. Mal gucken, wie lang das Motoren kann. Oh nein! Oh, du hattest die Linie, ne? Ich hatte das mit Seitenverkehrt. Oh, das ist ja... Ich hab jetzt einen Borger. Oh nein, der ist doch auch kaputt gegangen. Oh, oh, oh. Aber viele spielen hier irgendwie grade nicht. Na, es sind ja acht oder so in unserer Runde, ne? Ne, es sind zwei Bots dabei. Ach so, Bots sind dabei. Oh, nein. Nur die mit Avatar-Büllchen. Bist du sicher? Ja, wirklich. Weil, die muss man ja kein Avatar haben, eigentlich. Ja, aber da steht Bot davor beim Namen. Ach so, hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet bisher, ehrlich gesagt. Wenn man öfter mal zwei einsammelt, hat man nicht mal vier oder so. Das ist blöd. Wieder Richtung gewechselt? Oh, fuck, ey. Und das dauert richtig lange, das Richtungswechsel. Weißt du? Ja, ja. So richtig abfuck. Oh, Dreckspot. Jetzt wieder anders machen, okay. Eieiei. Oh, oh, oh. Was? Wie? Ich hatte den Bohrer. Oh, dein Ernst? Oh, hier ist vorbei. Ich bin Zweiter. Zweiter. Kurz vor Schluss bin ich gestorben. Du bist Fünfter. Ich war auch nur 24 Sekunden. Ich drück auf Play Again. Connecting to Server. Kommen wir jetzt auf denselben Server? Ich bin schon drin. Ja, wir sind denselben. Ja, so viele Server gibt es nicht. Na? Wenn die Runde nicht mal voll ist. Weil, wie ich das Spiel gestartet habe, stand da zwei Spieler spielen. Nice. Diese Match. Ich hab doch... Wofür ist das Magnet? Was macht das? Das saugt die Dinger ein. Irgendwie hat es das bei mir nämlich nicht gemacht. Ja, auch nicht so große Entferner. Okay. Doch. Und ja. Man muss halt versuchen, am Ende der Runde so eine lange Schlange wie möglich zu haben. Ich weiß gar nicht, ob das am Ende der Runde zählt oder so... Oh nein, falsch rum. So durchschnittlich oder so, weißt du? Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, da wurde jemand von der Säge abgehackt, ein Stück. Das ist halt auch bitter. Und ich war live dabei. Na, shit. Mir auch. Noch ein Stück. Oh fuck. Ich hab auch alles an der Säge verloren. Ja. Alles ist auch mies. Ah, komm doch her. Ah. Da träumt er, weißt du? Da wollte ich dich mal ein bisschen... Fuck! Schon wieder alles verloren. Oh Gott. Oh Gott. Du bist grad Erster! Ja, ja, ich merk's grad. Du kriegst nämlich doch nen Pfeil bei dir ran. Und was? Ich hab dich doof! Ich hatte den Bohrer. Ach, come on. Erzähl das deiner Mame. Ich hatte wirklich den Bohrer. Nein! Boah! Bist nicht gestorben da? Ich hab das Seitenverkehrt für dich noch. Lächerlich. Hab ich noch. Der Kindert. Nein, ich hab Seitenverkehrt. Ah, hier kann ich mir Punkte holen. Da kommt der Bohrer und nimmt mir alles weg. Ja und ich sammle direkt wieder Seitenverkehrt ein. Alter, was hab ich für ne Miene beisammen. Warte mal ab, bis ich jetzt keinen... Keinen Bohrer findest? Alter, wie weit das rauszoomt einfach. Fuck. Oh! Ja, das ist ne Siegel. Ciao! Habt ihr die Hälfte abgesiegt, so ungefähr? Ja. Kann ich ab? Kannst halt echt, ne? Das ist halt das Traurige. Bam! Wieder einen abgesiegt. Nein! Oh. Ich hab wieder verkehrt rum eingesammelt. Mach wohl. Keine Chance. Bin vorher nicht reingeprettert. Ja, ich bin ja fast... Mann, du Drecksbott! Hat dich jemand abgefrühstückt? Ich hatte 93. Ja, ein Bot hat mich gedoppt. So dass ich gegen die Wand gefahren bin. Echt jetzt? Bam! Da hab ich jemand getötet. Ich hatte 93. Na ja, heul nicht rum. Fuck! Falsche Richtung! Läuft bei dir. Geht so, ne? Ehrlich gesagt. Du bist da oben schon wieder unterwegs, glaub ich. Ne, das ist wer anders dann. Also die Zeichen von manchen Sachen verdoppeln sich nicht. Was?! Ich hab ihn noch abgefrühstückt noch. Ich hätte Erster sein müssen. Erster! Lächerlich. Play again. Ich hab sieben getötet. Lächerlich, Freunde. Lächerlich. Es ist lustig, also... Ach. Mach ich dich kalt hier. Er träumt halt, Freunde. Er träumt halt, ne? Hab ich ja gerade eben auch fabriziert. Naja, da fährt er schon weg, weil er Angst hat. Äh, genau deswegen. Nicht, weil ich die Münzen hier einsammeln wollte. Ne, ne. Ah, direkt zwei gesnackt hier. Noch ein. Also, es ist eigentlich scheißegal, wie lang das mal hier ist. Oh, fahr doch rein! Oh nein, ich fahr gegen die Wand. Es ist, glaub ich, halt echt egal. Du musst Leute töten und was weiß ich, ne? Ja, genau. Und umso länger wie man ist, desto leichter tötet man eben Leute. Ja, damit es so leichter ist es natürlich auch irgendwo reinzufahren, oder so. Ja, klar. Ne, irgendwo reinfahren ist immer noch gleich schwer. Ja, aber halt, dadurch, dass es rauszoomt. Du hast mehr Überblick. Ja, oder auch weniger, nachdem wie man es nehmen will. Nein, wieder viel an der Säge verloren. Da muss man immer schnell vorbei an den Sägen. Dass man da bloß nicht geholt wird. Hier ist ne Münze. Perfekt eingesammelt. Ich glaub, man muss auch einfach diese Münzen einsammeln lassen. Dass das was bringt. Boah, da hat mich jemand eingefroren. Dich hat jemand eingefroren. Ich hab mir das langsamer gemacht durch das. Alter. Ja, jetzt hab ich voll den kleinen Zug. Jetzt bist du erster. Nein! Bäm! Nochmal ein abgefrühstückt. Dann fahr doch in mich rein, ne? Nein, nein. Da kommst du mich hin. Da kommst du mich hin. Nein! Falsch rum! Hatte ich auch. Wie ärgerlich, Freunde. Wie ärgerlich. Schön als Geist unterwegs. Für, für, für Verbesserung vom Auto. Glaube ich. Okay. Du kannst ja noch Upgrades in der Garage machen. Achso, das kann man ja auch nicht. Ja, das stimmt. Oh, ich fahr einfach wieder. Nice, der fährt in mich rein. Du weißt schon wie der Erster. Ja, jetzt nicht mehr. Du sagst es und meine Linie wird komplett von der Säge weggenommen. Komplett einfach. Aber ich hab noch gelebt. Ja, dann ist er gut, wenn du nicht stirbst. Jetzt bin ich Erster. Ging aber schnell. Heieiei. Ich will auch wieder Erster sagen. Nein. Doch, will nicht. Schön was du willst. Erstmal einen abfrühstücken. Nein, Runde. Falsch rum eingesammelt. Kann doch nicht sein, dass du ihr Erster bist. Alter, 90er Länge gerade. Wo steht denn das? Ach, da rechts? Ja, 92er Länge hat sich zum Schluss. Ja, mein zweiter. Eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Und dann schauen wir uns noch kurz die Updates an, die es da gibt. Ja, die Upgrades. Das müssen wir euch ja auch zeigen, ne? Aber direkt in den ersten abgefrühstückt hier. Easy peasy. Ich direkt in die Mauer. Aber am Ende stehe ich wieder ganz hoch. Er träumt wieder, Freunde. Er träumt wieder. Zack. Das habe ich dazu zu sagen. Oh, da bin ich der Erster. Nein, da fahre ich gegen die Wand. Wesen. Ah, was mache ich? Sterben. Nein, tue ich gar nicht. Ich habe dich gesehen. Er macht viel. Du kriegst keine Dinger. Was? Das ist scheiß umgedreht. Der ist so lange Held. Naja. Na gut, die Runde könntest du holen. Könnte. Alleine dieses könnte. Na, natürlich. Die Runde dominiere ich, meinst du? Das Gute ist halt, dass ich... Nein! Da kommt eine Millisekunde her. Das gibt es nicht. Noch. Wo ist eine Säge? Wo ist eine Säge? Oh, oh. Der hat mich hier eingefroren. Was? Ich hatte doch die Säge! Aber ich habe dir immerhin schön was abgesehen. Vielleicht ging es in dem Moment aus, wo es der in mir drin war. Keine Ahnung mehr. Wie fresh war in mir drin. Ich bin froh gewesen, dass die Mauer mich nicht getötet hat. Ich werde hier eingefroren. Nice! Boah, Trump werde in mich rein. Und schon wieder eingefroren, ne? Immer noch. Nein, ich wurde halb rasiert. Fuck ey. Deswegen bin ich auf einmal erster. Die Säge hält im Vergleich nur mega kurz. Jaja, so drei Sekunden. Nein, ich komme nicht durch. Gibt es doch nicht. Ah, wieder mal eine krasse Linie machen. Ich führe aber grad zumindest in der Gesamttabelle. Ja, weil Tötungen da zählen, komischerweise. Ja, das ist ja auch mehr skillig, sag ich mal, die Tötung. So eine lange Linie schafft jeder, weißt du? Aber... Ich habe eine 100er Linie gerade. Ich weiß gar nicht bei mir. Fuck. Nichts mehr. Was? Da ist es vorbei! Und er gewinnt das noch. 124er Linie. Ah, das gibt es nicht, meine. Jetzt zeigen wir euch hier noch, was man upgraden kann. Hier gibt es nämlich eine Garage. Da kann man wohl so Upgrades kaufen. Und dass die länger halten, teilweise. Ah, das macht ja Sinn. Und man kann Smokes kaufen. Ah, das ist der Auspuff quasi, okay. Das bringt aber nichts. Ne, das bringt nichts. Aber man kann hier sich so upgraden, dass das halt länger hält. Und irgendwann bist du dann eine krasse Ficker, weil du hier 20 Sekunden lang die Säge oder so hast. Das ist natürlich dann... Na, da bist du dann... Ich glaube aber, dass das ewig teuer ist. Aber wenn du das sagst, der Preis ging gut an. Na, ich habe jetzt mal hier... Ging gut an. ...zwei Sachen geupgradet. Die Säge und das Feuer. Aber ich habe zweimal die Säge gemacht. Ich habe zweimal die Säge gemacht. Die Säge konnte ich nicht zweimal. Ich konnte zweimal. Er gönnt sich richtig. Ja, ich hatte genug Münzen. Oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall hat man dann da mehr Abklingzeit, sag ich mal. Von daher, ja. Ist das eine ganz nette Geschichte. Ah, okay. Drück mal links auf Quests. Hast du da vielleicht was geschafft? Ah, dann kann man noch... Okay. Dann kann man hier noch Quests machen und kann dadurch noch Münzen kriegen. Noch Münzen machen und man kriegt einen neuen Modus. Oh stimmt, ich habe auch einen neuen Modus. Team Towers. Jetzt müssen wir den noch spielen. Ja. Okay. Connecting to Server. Dann probieren wir es mal. Okay, wir sind im gegnerischen Teams. Das ist natürlich gut. Was muss man hier machen? Ah, TNT hier mitnehmen oder was? Das kann sein, aber fuck. Ah, und dann... Oh, scheiße. Und dann... Oh, scheiße. Da oben ist TNT. Und dann, was macht man mit dem TNT? Ah, TNT einsammeln und in die eigene Basis bringen. In die eigene? Ja. Ja. Ja, um Feuerkraft zu haben. Irgendwo... schon verständlich. Ah, jetzt ist es wieder richtig. Komm her. Okay, jetzt ist die Frage, wo komme ich in die Weiß rein? Das ist eine... Ah, okay, ich habe es gesehen. Wo? Sag ich nicht. Ah, hier! Neu, okay. Habe ich selber gesehen. Ich brauche dich nicht. Ah, okay. Oh, wohergegen fahre ich da? Oh, Mann. Du musst aber die in deiner Farbe abliefern. Hä, wie? Du kannst nur die in deiner Farbe abliefern. Was passiert mit den anderen? Die bleiben am Bergungen dran. Okay. Oh, da war ich. Im Prinzip können wir euch den blauen wegklauen, damit ihr hier nichts machen könnt. Oh. Fuck. Ich bin reingefahren. Gegen die Säge. Fertig. Ah, ja. Es ist natürlich mies. Jetzt sammle ich mal ein paar blaue hier ein. Gar nicht so viele, damit das nicht auffällt. Oh, hat das abgeliefert? Da hat jemand richtig gesehen. Wir haben jetzt gerade richtig abgeliefert bei uns drin. Ja, gut. Wir sind auch. Du hast zwei Bots drin. Na, du einen nur, ne? Naja. Das ist natürlich dann unfair, Freunde, ne? Wenn ich hier quasi alleine ablieferne. Nein! Fahre ich gegen die Mauer beim reinfahren. Aber mal ein bisschen was geliefert. Nein, jetzt sammle ich. Was passiert, wenn ich mit dem blauen bei euch reinfahre? Mach mal. Liefer mal ab. Ja, wenn ich nicht direkt in die Säge reinfahren würde, hätte ich es ausprobiert. Wir brauchen nur noch 13, aber was ist denn da los? Nichts. Nichts. Wenn ich mit Roten reinfahre? Ich probiere jetzt einfach mal aus. Bei euch kann ich drin rumfahren, wie ich will, da passiert nichts. Man muss es ja mal ausprobiert haben. Ja. Oh Gott. Warte. Okay. Wieder einen abgeliefert. Komm. 21. Ich muss mir jetzt 21 hier hinten dran hängen und dann abliefern gehen. Ich würde mal sagen, dass es durch. Noch ist hier nichts gegessen. Weil ich jetzt 6 an meinem Auto dran habe. Du lieferst die nicht, ja? Nein, tue ich auch nicht. Die Säge war schuld. Da hätte er fast mich rasiert. Mit meinen 35 Dingern hier. Und ich liefer ab. Nein! Das gibt es nicht. Cheat MG am Start, meine Freunde. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Schaut auch bei unseren anderen Videos vorbei. Bis dann noch rein. Ciao! Ciao! Ciao!